Wer bin ich? Wo bleibe ich? Ich soll die Sprecher lernen? Ich soll mich um die Geschwister kümmern? Ich soll meine Kinder versorgen? Ich soll meinen Mann Ich soll meine Kinder mit den Tiatern arbeiten. Ich habe die Karte mit den Tiatern gearbeitet. Ich habe die Sachen mit der Tiatern gearbeitet. Ich habe die Tiatern gearbeitet. Ich habe die Tiatern gearbeitet. Ich bin seit 2015 in Deutschland und ich spiele in einer deutschen und afghanischen Theatersgruppe. Aber ich kann nicht so gut, richtig sprechen Deutsch. Aber jetzt bei mir ist es besser, mit afghanischen Gruppen zu spielen. Ich habe zum Beispiel zum Frauentag in einem Kurzfilm gespielt. Ich wollte so viel über Frauen sagen, über Probleme Frauen sagen. Ich habe mit einem Film gespielt und in diesem Film mit einem Film gespielt. Ich habe mit einem Mann geheiratet. Bei mir haben viele angerufen, warum du in einem Film spielst und warum machst du so mit einem Mann. Das ist haram, das kannst du nicht. Aber ich will, ich brauche. Ich habe mit einem Film gespielt. Ich verabte die Familie von Afghans. Ich bin seitdem, wo ich auf Afghanistan bin, noch mehr Zeit saube. Ich bin in der Masjose. Es war ein Objekt, der da war, dass uns nicht Creating Lieblings war, weil wir uns ein Willen lebten, weil wir uns es liefen haben. Wir haben uns die Masjose nicht gemacht. Ich war sehr schwer für meine Kinder. Für meine Kinder ist es sehr einfach und einfach. Sie können sich die Dinge schaffen. Sie können sich die Arbeit nicht schaffen. Sie können sich die Arbeit nicht schaffen. Aber wir leben in unsere Leben. In Deutschland ist es sehr besser, aber manchmal ist es sehr schlecht. Über Kopftuch. Und schlechte Worte sagen über Frauen mit Kopftuch. Ich war einmal in der U-Bahn. Ein Mann hat mir geschlagen und mir hat schlechte Worte gesagt. Ich habe gesagt, warum machst du so? Zu mir hat er gesagt, weil du Kopftuch hast. Ich will dich nicht. Endbahnhof, bitte Ausscheid. War ich schlimm für mich. Aber trotzdem, ich will Kopftuch tragen. Ich lebe sehr, mein Gott. Ich denke, mein Gott ist der Beste für mich. Ich freue mich und ich bin sehr glücklich. Ich bin eine muslimische Frau. Mein Gott ist sehr nett. Ich kann mit meinem Gott alles machen. Ich kann alles machen. Ich höre nicht die Leute und Mullah. Ich höre meine Denken und Worte von meinem Herzen. Ich bin ein Jesus, aber nicht der Worte von meinem Herzen. Ich gehe auf einen roten Teppich. Ich denke, ich kann richtig gut spielen. Ich denke, mein Gott hat keine Probleme mit Schauspielen. Die Mullah hat Probleme und die Muslime, die Leute hat Probleme. Mein Gott hat keine Probleme, aber die Leute hat Probleme mit Frauen, mit Schauspielern, mit Zingern, mit allen. Mein Gott hat keine Probleme. Mein Gott hat keine Probleme mit Schauspielern. Mein Gott hat keine Probleme mit Schauspielern, mit Schauspielern.